Hallo Leute! Willkommen zurück bei REDDOCKS für ein neues Projekt! Ja, Railway Empire! Ich habe dieses Spiel bekommen mit den letzten DLC und ja, ich kenne mich noch nicht aus mit diesem Spiel und das werden wir auch zusammen entdecken. Ich habe auch jetzt ein paar Folgen gesehen bei YouTube und das Spiel ist schon interessant, muss ich zugeben. Okay, ich muss meinen ersten Bahnhof einrichten. So, Stadtbahnhof einrichten. Da haben wir noch ein paar Erklärungen, wie wird alles da gemacht, so dargestellt, die Bahnhof. Okay, ich weiß ganz genau wie das funktioniert. Ich habe auch irgendwie ein paar Tutorials gemacht. So, ich werde sagen, ich habe 3 Millionen auf meinem Konto. Dafür sollt ein großer Bahnhof kommt in New York. Ja, hallo, in New York sollte auch richtig etwas loskommen. Und jetzt, mein erster Bahnhof ist an Arbeit. Und dafür ja, wir haben auch ein Personal. Okay, kein Personal verfügbar. Okay, Zugpersonal. Büropersonal. Freimitarbeiter. So, was macht sie? Lucy Levis. Unterhandler. So, Beruf Unterhandler. Einstellung kostet 25.000. Okay. Spurtmangel. Ersteigen Objekte und reduzieren auf diese Weise nachträglich den Preis deiner Nacht erfolgreich. Okay, schön. Um 25%. Ah ja, warum nicht? Hopp. Die stelle ich ein. Lucy Levis. Okay. So, Zugpersonal. Ich habe für den Moment keine. Okay. Sowieso, wir müssen auch weiter. Da haben wir in New York unser Hauptbahnhof ein Gericht, ein Gericht. Und da muss ich auch gucken, wo könnte man noch... So, erstmal in Washington ist noch was möglich zu ein Gericht. Aber Sie sehen auch, dass in Washington... Da muss ich auch ein paar Brücken rein... So, dran machen. Okay. Ich werde sagen, da machen wir auch in Washington einen Bahnhof. Ja, ich werde sagen, keine groß, weil... könnte man sowieso... Ich denke mal später. Ähm... Warendepot können selbstständig Waren mit Stadt- und Landbetriebe Austausch, indem sie in den Nahen anrichten werden. Okay. Sehr gut. Jetzt müssen wir eine... Eine... Gleise anrichten. So, aber jetzt... Ich muss auch... Denke ich mal... Hoppla... Könnt man... Uh... Ich muss auch so machen... So, jetzt... Moment mal... Weil wir sollen auch... An die Gleise... Verbind werden. Okay. Ich werde sagen, ob... Die erste Gleise... Ist auch schön... Gemacht. Erstell ein neuer Zug. Ja, das werden wir machen. Oh, aber was ist das für ein Brück? Ja, wir sind im... 1830... Da könnte ich auch nicht... Äh... Und Tunnel ist auch gebaut. Okay. Sehr gut. Da habe ich auch... Uh... Auf 3 Millionen... Ich habe... Äh... Nur für die Strecke... Äh... So viel Geld ausgegeben fast, ey. Äh... Okay. Aber das ist auch eine... Gute Strecke... Und da ist auch eine Farme... Die könnte man auch... Äh... Bekommen... So, weil... Was ich habe jetzt auch gesehen... man könnte auch gebaut einrichten und gebaut kaufen und auch äh 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 ähm äh 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 die Farmen oder alle Betriebe. Okay aber erstmal Einzug wird auch nicht schlecht. Neue Zucke Sublinie einrichten, ja da wollen wir erstmal von Washington. So bis New York. ok jetzt beladung automatisch was haben wir nicht passagieren muss ich eine super die war einfach fantastisch was war das nicht fragte manuell war automatisch weil ich glaube dass für dem anfang könnte man es so machen so lokomotiv wahlen so wir haben die erste lokomotive kostet 30.000 ok da nehme ich auch zugpersonal ich habe auch keine ok jetzt haben wir das gekauft und jetzt wo ist die lokomotive ich muss jetzt auch guck wo sie ist nach der zucker personal aber ist ein eizer ok er kostet auch etwas geld aber ich nehme den ok ohne aufgabe moment mal ich muss auch meine zug verwalt neue zug fachschuung lokschupfen das ist die unsere erste dampflokko eine grasopfer 040 ok aber wo ist meine so ok immer zurück wo ist meine meine zug zug verwalt jetzt personal und zu weise ok unser erster mitarbeiter ist am arbeit still empire ist nicht zu bremsen ja ok das ist wahrscheinlich die konkurrenz weil ich aber drei konkurrent genommen aber jetzt was ich schon gerade sehen ist unser zug mitfahren ja und jetzt wir sind gerade mit dem zug unterwegs wie schön ist das jetzt und wir kommen nach new york ja und wir haben noch eine kleine einblick von die stadt nicht schlecht nicht schlecht so da könnte man auch die kamera ändern und wie gesagt das werden automatisch Prozent irgendwie belade oder die war war die wagen werden wir doch gewechselt ich bin auch nicht schlecht ja jetzt wir sehen dass er wäre auch jetzt fahrgästen mitgenommen ja ich hoffe mal die kamerabewege ja ich wollte auch die kamerabewege wo kann ich meine kamerabewege ah dass man zieht aber man zieht nicht so viel von diese zucker aber die details sind schon relativ sehr gut muss ich zugeben da hat Kalypso weil das ist Kalypso die Entwickler die haben das bombastisch gemacht diese Spiele die kamerabewege kamerabewege ja jetzt wir sind durch die Tunnel durch eine Tunnel sind wir unterwegs nicht schlecht nicht schlecht so jetzt kamerawechseln jetzt wir kommen wir kommen raus aha okay jetzt habe ich verstanden wie ich könnte meine kamera bewegen okay gut aber das ist unser weiter weiter weiterspiel da ist unser erster Zug aber nur mit Fleisch oder ja Fleisch geliefert okay ich habe auch jetzt ein paar Aufgaben ich weiß nicht was haben wir erzielt ein Jahresgewinn von 390.000 okay transportiere 17.500 Passagieren okay und da wir sehen auch das sind auch ein paar Missionen oder Ziele zu erfüllen nicht schlecht nicht schlecht okay so ich werde sagen jetzt haben wir unsere erste Streck am Laufen und dafür machen wir auch kleine Gewinn ja aber für den Moment wir haben nur eine Gleisverbindung zu New York okay ich kann auch vielleicht jetzt auch denke dass mit Washington man könnte auch jetzt auch so Stadtinformation Bräuerei Privatbesitz okay das könnte ich auch ich denke dass die bräuern auch Mais okay und ja ich könnte auch diese Mais auch beliefern weil sie haben auch gesehen so ich habe auch gesehen jetzt ich habe noch hier eine Farme das machen wir auch ja jetzt ist auch alles wie gesagt möglich ein kleiner Bahnhof da machen wir auch einen kleinen Bahnhof wo wäre das möglich das ah ihre okay und jetzt ich muss auch gucken dass wir wir nehmen die Gleise von hierher ja bis Washington Moment mal wo ist das jetzt ah und was wichtig ich habe auch vergessen ja ich muss auch irgendwie auch Moment mal eine Versorgungstürme einsetzen auch weil sonst werden auch probleme geben für die Dampf locken so jetzt Versorgungstürme habe ich zweimal eingesetzt okay dann jetzt achtung jetzt wollte ich eine zugelegen anrichten ja da will ich Moment mal das ist Washington okay aber jetzt will ich eine neue Linie ah einen neuen Zug erst mal zugelegen einrichten ja das ist nicht so kompliziert diese Spielaufbau aber das ist schon interessant so am hoheabdomen bis Washington okay automatisch ja Mama nicht Fracht nee Mama automatisch okay jetzt brauche ich eine neue Dampf Lock und ich brauche noch ein Eidser aber ich habe auch keine oder jetzt Personal ich habe jetzt Freimitarbeiter ah schaut ihr das an ein Saboteur aber gut was macht ein Saboteur legt durch Sabotage den Bahnhof oder Industrie einen Konkurrent für sechs Büro im Lamm okay aber das brauche ich nicht für den Moment das kostet auch alles Geld und jetzt das ist der zweite Zug der gerade am Start du hast deinen Zug durchschaltet oder Zug über Zug Liste auswählt okay ja das weiß ich auch nach dem Zug ich kann auch umschalten ja für den Moment machen wir Washington New York nur mit Fleisch oder wie okay gut aber hoffe ich gewinne auch Geld so wir haben noch Forschung Möglichkeit dadurch wie viel Innovation Punkt 259 ich werde sagen äh Forschung was könnte man eine bessere Locke 18 Mils 16% Zugleistung okay was ist das Ihre Ah das war die erste so Knall Kapsel das war was wir haben auch alles erforschen okay aber ich werde sagen machen wir das erstmal frei ihre diese John Uncock bist du sicher ja ich bin sicher wie abenteuerlich aus so jetzt in Forschung haben wir auch geforschen okay Unternehmen so das ist mein Profil Red Dox Red Dox Ltd oder Red Dox Limited könnte man auch so sagen so für den Moment ja da ist auch nicht so viel zu sehen Konkurrenz dem order hat auch actionar okay red dox axin kauf verkauft 1% axin die son nehmen koste okay firmanteil handel firmanteil handel okay was ist das ich könnte auch sogar was kaufen so axi eine axi kostet 26.000 okay er holt die zufällig aktuell gebot okay ich habe jetzt auch was gebaut gebot für diese knall kapsel entschuldige aber könntest du dich da raushalten du treibst den preis in die höhe ja hallo ich will auch was haben oder okay jetzt ich werde sagen dass ich kaufe mir 2% von diesem unternehmen okay ich habe von jonathan johnson 2% gekauft so ich kann auch nicht etwas machen okay das ist bei die konkurenz bank geschäft da könnte man auch was wahrscheinlich kauf oder verkauft ich weiß nicht und okay gut das ist die menü das ist auch schön interessant diese menü stellen pirats schnell zuck john uncock 040 erreicht 21 miles okay nicht schlecht aber ich habe noch meine alte dumpflok block so aber jetzt wir müssen auch gewinn machen so ich guck mal auch oh waddoman wir liefern zucker ok aber ich dachte dass wir haben auch ah das ist ein zucker feld ok und sie sehen auch dass ich könnte auch sogar das kaufen aber wie viel kostet das mir 442 1000 ok aber nein für den moment lass mal stehen ok wir liefern für den moment zucker in washington es ist nicht schlecht und ihre information so ich weiß nicht ein landbahnhof wird nicht entladen sondern ihr nur produktion guter eingeladen ein Zug kann jedoch maximal acht wagons an enge amerikan central baut netz aus ok ja die bauen auch große große netz für den moment ich habe mir gekümmt um new york und washington zu handeln die nachfrage für importier warstucker wird reduzieren dass sie maximale lage bestand erreichen hat ok warendepot können selbstständig wahren mit stadt betriebe austausch in dem indian anricht werden so ausstattung ausstattung was ist das ihr wartungsgebäude anricht ok und bahnhof erweiterung ok das ist auch möglich ok zuglist aber gebaut warendepot uh ein warendepot wird auch nicht schlecht aber 200.000 kostet mir das ok warum nicht ich nehme auch diese warendepot aber das muss auch irgendwie auch verbinden ja wo kann ich das verbinden aha das muss aus warum depot in der nachwohnung an stadt kann automatisch war mit ok aber jetzt habe ich meine warendepot eingerichtet und dafür muss ich noch wahrscheinlich nicht so moment mal wo ist die warendepot oje 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 ja jetzt weil ich glaube dass ja ich muss ich muss okay da werde ich sagen ich muss wahrscheinlich enden was was ist enden ja ich muss auch wahrscheinlich noch nicht ganz genau wahrscheinlich könnte ich jetzt so moment mit Hilfe des warendepot kannst du wahren zwischen zug austausch dazu musst du es wie ein bahnhof in die route deine zuge aufnehmen damit die depot funktioniert ok 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 das habe ich jetzt auch verstanden dass ich kann auch wieder das benutzt später ok personal was haben wir ein lokführer ok das nehme ich auch gern personal anstellen lokführer ein unter händler nein das ab bisschen eins so lokführer ohne aufgabe da muss ich auch feiern nein nein wollte man nicht ihm feiern könnte ich ihm nicht zu weisen ok muss ich wahrscheinlich muss ich neuer zug nein nein ich brauche keinen neuer zug washington new york ok zugverwalt lokführer ich mache einen lokführer lokführer für washington new york ist eingestellt ok sehr schön und ich sehe schön dass ich habe ja ich habe auch freigeschalt diese john on ok 040 ok sehr schön aber jetzt in new york ja dann ich habe jetzt verstanden verstanden dass ich habe auch jetzt meine wahren lager aber die muss ich auch irgendwie auch mit meine bahn so meine zug verbinden ok ok atlanta nein wollt mal washington new york ok da in washington werden meis befragen aber ich werde sagen ich bin auch nicht ich denke mal dass ich kann auch schon etwas anrichten mit industrie weil zucker ich werde werde bei was brauche ich meine zuzenfabrik brennereien ok ich brauche ich meine stahlindustrie verlage möbelindustrie spielzeug raffinerie auto industrie ok 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 für den moment mit meinem zucker ich werde auch kein großes geschäft machen für den moment aber ein brauerei ja ich muss auch maiz finden und da werden die maiz auch bei mir gelagert und ich werde auch anderen vertreiben oh was ist das hier oh je das ist die konkurrent aber die konkurrent hat sich auch deutlich gebaut ja ok ok er hat auch eine wartung alle gemacht und alles ok 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 moment mal ich werde erst mal in washington so erstmal muss ich maiz finden ja weil wenn ich habe maiz dann könnte ich auch gut handeln so ihr werdet nur karotte gemacht ok aber könnte ich auch nicht meine eigene farme machen das frage ich mich auch so moment zugverwalt gebaut industrie bahn äh industrie fleischindustrie stadt gebaut aha aber ich kann überhaupt keine keine farme anrichten oder ich kann nur fabrik bauen okay aber ich habe auch gedacht ich könnte auch so moment mal warenstrom getreide ok getreide wo ist getreide aha hier ist getreide ok aber maiz wo ist maiz so ich guck mal maiz so ich guck mal maiz uuuuuh da da war bestimmt der konkurrent so schnell wie wie ich hab's nicht ge ge geachte ja moment mal ja hier ist maiz ok maiz haben wir hier her ok da werde ich sagen ich mache sofort meine neue bahnhof bahnhof mal einen kleinen bahnhof sowieso ich darf sowieso mich auch bei die konkurrenz installieren ich frage mich ob du weißt dass mich dieser bahnhof stört ja kein problem so meine bahnhof ist da okay meine bahnhof ist hier okay dann mama gleis baue gleis baue okay moment jetzt ist die frage wieviel mir das kostet bis meine wahllage okay moment mal wo ist meine zug verbindung jetzt alles verloren ich habe alles verloren wieder okay moment mal so hierher ich guck mal wie es werde da könnte man auch nicht so locker durch wo ist washington aha washington ist sehr weit entfernen oder nein washington ist nicht hier wo ist washington wo ist washington ja irgendwie muss ich nach washington gehen washington okay bis die wahren lagen bis die wahren lage sehr optimal das kostet mich ein million oh nein nein zwei million oh je nein 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 das kostet so viel geld wahnsinn 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 dass es kostet mir so viel geld okay aber ich werde sagen aha in charlotte da ist auch es ist auch etwas okay ich werde sagen bauen wir an bahnhof im charlotte von taktischer kriegsführung keine ahnung oder ja ja und kriegsführung habe ich keine ahnung okay jetzt ist so dass charlotte muss ich wer bin mit wo war unsere farme wo ist meine farme parkerhof ja das ist die parkerhof aber hier ist das ja das kostet mir ok fast ein million ok ok ich werde sagen ich kaufe mir das ja jetzt bin ich bald pleite sie sind so aber jetzt ich muss erst mal wieder erst mal versorgung denke gebaut versorgungstürme ok aber ihre ist nicht möglich eine versorgen versorgungstürme ok ist das möglich ok ja ich verstehe warum das kostet mich auch so viel geld weil sie ich bin schön im wasser okay gut jetzt zu verhalten neue zuglinie anrichten nein war das nicht ich will jetzt neue zug ja neue zug zuglinie anrichten so zuglinie anrichten ja jetzt ist alles mit management wie gesagt so parkerhof bis moment mal da muss ich auch gucken bis charlotte aber habe ich keine zuglinie oder wie da frage ich mich auch jetzt weil ja im defekt wäre das besser gewesen wenn ich werde auch so so gefahrt aber gut ich war nicht so beladung automatisch ok lokomotive wale und dann nehme ich diese neue lokom loke ok personal was habe ich zu personal an warm war man ok und wo ist meine zug zug verwalt ja war man anstelle bitteschön ok und jetzt ich hoffe dass ich mal gewinnen und jetzt immer so schließen wir das ok jetzt schließen wir das ich schließe das auch ich brauche das nicht ok information jede stadt verfügt über industrie und auch fertig war erstelle werde ok 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 moment mal neue zug so aber jetzt so aber jetzt ja hierher wir haben auch mails aha wir haben auch mails neben washington ok aber jetzt ich bin trotzdem unterwegs mit meiner wo ist meine nachzuzug wo ist meine nachzuzug aber warum habe ich nicht meine neue zug ich will meine neue zug sehen wo ist meine neue zug charlotte ok da ist im charlotte meine neue bahnhof wie gesagt charlotte ok warum ist das ihr diese zug hat er problem diese zug oder wie ah er hat bier ok 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 brauerei ok aber gut ich will meine gibt das problem nein ich glaube nicht das gibt problem ich weiß nicht warum ich habe diese meldung hierher so personal es lag mir mit personal jetzt im moment büro personal frei mitarbeiter saboteur mark streyer was ist das mark streyer bewirb die möglichkeit deines zug und erreur für 12 euro in deiner stadt das post und passagier um 50 prozent wow aber das kostet auch wieder 50 50.000 dollar erstmal abwacht ich muss erstmal geld gewinnen so das wäre ein langer part glaube ich mal sehen mal sehen wie ihr habt auch lust mit diesem spiel zu verfolgen bei mir so jetzt will ich meine andere zug verfolgen hallo ja jetzt mache ich zug so in charlotte ok wo ich denke ich könnte auch wir haben noch ein paar niedrige zustände aha und welcher zug ist das war das dein rad das zu mir rüber gerollt ist ja das ist der zug von washington bis new york ok ja dann muss ich auch jetzt denke ok ok moment mal wir machen auch in new york new york new york da bauen wir auch moment wo war das ah nein nein das war nicht hier new york new york ok aber jetzt sie sehen auch dass ich mache profi das läuft alles aber oh ich habe auch wieder eine meldung von niedriger zustand ok aber in washington ist auch keine wartungs gebaut aber ich werde auch sagen wartungs gebaut ich oh da kommt schnee jetzt ja ich habe auch die schnee aktiviert und jetzt die zug werden langsam aber könnte ich auch ihr er nicht mehr bahnhof erweitert bahnhof vergrößert nein 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 ich will das nicht wartungs gebaut anricht 80.000 bahnhof ohje ja ich muss auch denken dass alle zug bauen auch ein wartungssystem überla führerstand erhol die profil jetzt transportiert ohjejeje Nein, ich habe kein Interesse. Null Auktion, okay. In der Forschung könnte ich auch sowieso wieder... Oh, ich habe 500 Punkte in der Forschung, okay. Tachometer. Tachometer, ja. Das möchte ich... Reischalt. Und dann hier wäre Personalbüro. Okay, das mache ich auch frei. Personalbüro, ja. Ja, wir müssen auch irgendwie alles forschen. Sie sehen auch, John Bull erobert Schienenetze. Ja, super. So, ich denke, dass ich mache vielleicht eine Stunde. Wenn Sie haben Lust zu sehen, dieses Spiel bei mir, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr wollt, weiter Folge sehen, weil... Ach, komm, ich mache noch 5 Minuten, weil 50 Minuten... Eine Stunde wird es vielleicht zu groß. Vielleicht wäre es auch besser interessant, einen Stream. Aber ich bin auch für den Moment, wie gesagt, dabei mit dem Spiel. So, äh, jetzt... Konflikt beim Zugpersonal. Es kommt auf die Streit... Streiterei unter dem Personal Zug Washington. Du solltest Mitarbeiter, die untereinander, aber nicht die... Detailbetroffszuge jetzt anzeigen, ja. Hat wieder eins deiner Kinder seine Rassel verloren? Oh, yeah. Meine Kinder sind Soldaten. Mit Granaten in der Hand. Ja, okay. Äh... Ich werde sagen... Freistelle. Okay, jetzt... Zu... Zuwiesen. Moment. Da hat mir mein Spion aber ein echtes Bonbon aus deiner Forschungsabteilung mitgebracht. Was? Die geht bei mir rein in mein Büro? Das gibt's doch nicht. So, Moment. Ich hab auch keine Ahnung... Ah, das sind so viele Sachen auf einmal. Jetzt... Passiere... Mein Gott. War der froh, dass er nicht mehr bei dir arbeiten muss. Mitarbeiter haben sich geworben, okay. Büropersonal, Freimitarbeiter. Ja, ich hab keine Mitarbeiter frei jetzt. Okay, aber das Geld steige. Warum ist das ihr... Könnte ich das nicht... Ah, doch, jetzt. Ja, aber hinzu muss man auch durch alles ausprobieren. So, was ist in Charlotte? Da will ich auch sagen, in Charlotte... Da war ein Bräuerei. Oh je, oh je. Aber hier... Hierher, sie sehen auch, dass mein Zug... Er kommt sehr langsam. Ja, weil das ist eine Bergsteigerung. Aber ich werde sagen... Ich könnte mir auch diese... Brauerei kaufen. Ich habe auch jetzt genug Geld. Oder ich baue eine schön... Ich werde sagen, ich baue meine... Meine Eigenbrauerei. Es kostet 200.000. Aber, ah... Da brauchen wir... Äh... Getreht, äh... Nicht Mais. Okay, aber ich lief dann sowieso... Äh... Mais. Aber für was, äh... Ist Mais allein benötigt? Für gar nicht. Weil... Brauerei braucht... Brauerei braucht... Braucht... Äh... Irgendwie... Nur getreht. Okay, ich habe auch gedacht... Ich liefern... Ja, sie sehen auch, dass jetzt... Mais wartet ihr her. Aber Mais... Die Mais wird verkauft, ne? Sie sehen auch, dass... Die Mais wird verkauft. Sehr gut. Mais wird verkauft. Da mache ich trotzdem einen Gewinn. Ja, in Washington... Oh, das gibt auch etwas in Washington. So, was ist mit meine... Warenlage? Ja, in meiner Warenlage... Ist für den Moment gar nichts. Okay. Das war klar. Ich könnte auch, dass... Vielleicht die Warendepot... Äh... Verkauft und... Äh... Pan... Niedriger Zustand wieder. Das kommt... Eine neue Meldung. Okay. Ah, die Getreide... Hier sind... Sind die Getreide. Ich könnte auch... Denken... Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Ja, jetzt... Habe ich eine... Meldung. Pan... Niedriger Zustand. Okay. Ich werde sagen, ich muss... Äh... Trotzdem wieder an Versorgung... Äh... Äh... Ja... Versorgung, das machen wir in Charlotte. Ich hoffe, dass... Sie werden auch... Äh... Verstanden, warum. Äh... Ich werde das auch jetzt machen. Charlotte... Nein. Äh... In Charlotte. Die Bahnhof. Äh... Wartungsgebaut, ja. So, jetzt haben wir auch eine Wartungsgebaut. In Charlotte. Also, wieso... Ich bin direkt der Einzige, der mit Charlotte handelt. Äh... Der Gegner, der handelt nicht mit Charlotte. Äh... Äh... Hier haben wir eine Molkerei. Okay. Ja, wir machen noch vier Minuten und dann werde ich auch diese Part erst mal bearbeiten. Äh... Und dann werde ich auch das... Äh... 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 Was will ich jetzt noch machen? Äh... Ist... Ähh... Äh... Ja, erstmal Geld! Mal... Muss man auch wieder Geld gewinnen. Äh... Dafür spüre ich die Äh... Die Zeit! Ja... Dass wir auch sehen, da vielleicht vielleicht das... Charlotte wächst. Okay... aber meine gewinnen wachsen auch nicht ja doch jetzt als wachs wieder ja für die moment es wachs nicht so schnell zu begleiten niedriger zustand wieder und machen wir vielleicht noch einen rund mit einem einen zug was wiegt 50 tonnen und hat keine räder keine ahnung aber hier in washington muss ich auch okay die sind auch das in washington ich habe auch keine wartungsgebäude okay dann machen wir auch schon eine wartungsgebäude so zug die städte stadtverkehr nehmen frage und expressgüter okay 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 das sind viele informationen die nachfrage für die importierung zu können wird reduzieren da sie den maximalen lagerbestand rasch alt okay aber ich kann auch die ganze info löschen das ist auch sehr sehr gut so jetzt wollte ich schauen unser zug mitfahren ja erfahren mit diese animation das ist super gemacht würde wir sind in washington sie sehen auch dass wir kommen jetzt in washington und das sind menschen zu sehen ja die spiel sehr gut gemacht muss ich zugeben okay jetzt ich kassiere noch ein bisschen geld werde ich auch sagen so weiterspielen ich wollte auch von kamera perspektive ändern okay ich war jetzt schluss mit dieser ersten part wir haben auch bald 50 minuten gemeinsam erleben von dieser erste folge und dafür das geht auch weiter die wozu wenn ich habe zeit ich nehme noch ein neuer teil soms muss ich euch leider sagen es dauert vielleicht ein paar tage bis etwas neu kommt von dem spiel aber ich bedanke mich noch fürs zuschauen das war die erste folge und das kommt noch andere folge aber lange folge weiß ich nicht ob ich werde das wieder durch alt ist sonntag ich habe noch zeit für euch muss ich gucken dass vielleicht halbe stunden es war optimal okay ich bedanke mich dafür zu schauen und tschüss macht's gut